Stell dir vor, dir wird etwas gestohlen oder beschädigt, das dir wirklich am Herzen liegt. Dafür gibt es die Haushaltsversicherung. Mit ihr sicherst du ab, was dir wichtig ist. Dank unseren neuen Smile Home Bausteinen jetzt mit noch mehr Extras und perfekt auf deinen Lifestyle abgestimmt. Mit großer Vorfreude Kleider bestellt? Leider ist das Paket nie bei dir angekommen. Die Cyberversicherung übernimmt den Kaufpreis. Dein geliebtes E-Bike wurde gestohlen? Keine Sorge, mit der Deckung Velos Mofas E-Bikes wird das Gefährt ersetzt. Wieder mal den Ehering verlegt? Nur ist er dieses Mal für immer weg. Sehr mühsam, aber mit der Wertsachenversicherung erhältst du zumindest den Kaufpreis zurück. Bei Smile kannst du dir die Haushaltsversicherung ganz nach deinem Geschmack zusammenstellen. Versichere das, was dir am liebsten ist und zu deinem Lifestyle passt. Deckungen gibt's übrigens auch für deine exquisiten Weine, Brillen, Secondhand-Elektrogeräte und ganz viel mehr. Wir sind für dich da, wenn etwas schiefläuft. Smile, Versicherung ohne Blabla. Smile Smile